moin leute willkommen zu einer neuen folge hier von kv so fangen wir an die aufgabe wird früchte bei hunders heaven oder heeven heeven sagen wir mal einfach irgendwas machen wir jetzt mal schnell ich hab der eine gerade gemacht ich guck mal schnell ob die aufnahme läuft weil irgendwie fühle ich mich gerade ein bisschen okay läuft doch ich hoffe natürlich ihr habt mich jetzt trotzdem gehört sonst nochmal willkommen hier bei einer folge von kv also mir wir mal jetzt die aufgabe wir auf drei früchte bei hunders heaven wenn ich zweimal gesagt habe tut mir leid gerade eben hat es mir angezeigt dass es jetzt erst aufnimmt mein internet lebt nicht beziehungsweise mein wlan teil ich glaube ich stecke das um ich sehe auch ein bisschen dass ein paar zuschauer auch ältere videos anschauen die werden lustigerweise häufiger gesehen als die die ich jetzt gerade mache die kommen aber noch alle gut akku ist auch weit leer ich habe die frischen akku schon da egal das kreuz da oben egal 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 drei früchte haben das heben das kriegen wir hin wie sie und dann spielen wir weiter was mit der du wirst schon perfekt liegt direkt bei uns wie sie ich hoffe natürlich ist gut es ist echt schönes gefühl wenn man weiß dass man in zwei wochen sie sind hat wo man wieder stress hat die 100 zu bekommen aber und schlecht ich habe schon wieder gesehen muss direkt immer wenn ich stream oder s streamen vor allem wenn ich hier aufnehmen muss ich in mein video einstellen dass es weiß dass es nicht das von voicemod nehmen soll sondern das mit dem ich redet weil sonst bis ich weiß not noch aktiviert haben obwohl ich glaube ich muss sicherheitshalber auch mal voicemodern so damit ihr versteht was ich meine die banale ist doch da ja damit es auf beiden dingern aufnehmen kann wenn man nachfrüchte übrigens in diesen bunkern ist diese server dinge die aufgabe also in diesen hier kann ich euch jetzt leider nicht zeigen habe ich jetzt gerade eben erst geschafft mal ein bisschen nervig internet hat dann mal gesponnen dann hatte ich es aber dann hat sich angenommen ich habe mich tierisch drüber gefreut ich sag's euch zum glück ist die aufgabe fertig möchte jetzt eigentlich früchte finden ich weiß aber schon welches haus ich dafür ansteuern muss alles aber gar kein problem dafür besuchen wir das haus da sind früchte drin wenn ich es richtig weiß was ich eigentlich tue was ich nicht tue was ich doch wohl ich habe keine ahnung eigentlich müssen jedoch früchte sein habe ich mir jetzt immer ausgetäuscht da oben geht es irgendwie weiter wie kommen egal ich baue mich da hoch ich meine aufgabe auch gerade mit früchte keine früchte gibt es in gruppen keine früchte ich komme auch wunderschön das wäre jetzt echt mies ekelhaft aber warum soll es dann den gruppen keine keine früchte geben jetzt mal im ernst es wird wenig sinn machen ich meine schlimm wäre es jetzt nicht weil ich meine das hole ich danach in normalen das muss ich euch dann nicht zeigen aber ihr wisst dann dasselben früchte schmeißen ist ja easy gemacht warum kann ich immer unter die dinge bauen das internet hält noch gut durch das ich muss einsammeln ich glaube das muss ich ich habe einen nachholen wenn sie es hier einfach nicht gibt dann mein gott so dann brauche ich hier mal ab bis ich sterbe die könnte die hat ähm das ist die war überschneiden übersprungen genau übersprungen ich meine dafür gibt es auch ein paar punkte ich bin jetzt auch nicht viele aber wir sind an den 97 und ich habe noch ein paar aufgaben jetzt kommen jetzt aber auch da jetzt aber auch da und mach es genau hin ok komm jetzt haben wir dann noch das teil wollen ja die früchte ist ja alles ich werde hier sterben aber ich bin kolossal ich hoffe die gibt es auch ich versuche ich versuche ich meine es gibt glaube ich kein punkt für die dann wenn ich sterbe und man hier vergessen dass es ist viel zu wenig dazu das alles gut 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 schon und da jetzt einer drin ist dann ist keiner drin der hat wahrscheinlich schon reagiert da kommt jetzt einer und tötet mich sind die Leute die mich dann sehen oder da sind sogar Punkte hab einfach noch eine Münze ist ja geil auch nicht schlecht ok auch noch 20 was ist denn mit mir los ich meine ich bin nicht gut das wissen oder weiß ich zumindest aber hä the hell is going on with you aber vier Leute hintereinander oh Leute ich hab grad gesehen als der Aufnahme über unsere gebraucht wurde ok ich muss gucken wie jetzt hin und her jedenfalls ihr seht 97 ich beende euch jetzt damit das Video ich hab's natürlich gefallen und wenn ihr kommt hier wir sehen uns dann damit morgen also tschüss bis 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 Vielen Dank.